Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs mit meinem Minicamper, also dem Raja Santero Stepway, dem Dachzelt von Kido. Und ich habe mir einen schönen Platz ausgesucht im Internet und das fahre ich da hin. Eine gute Stunde habe ich noch zu reisen und dann schauen wir mal, wie das so wird. Wenn ihr Interesse habt und auch so gespannt seid wie ich, dann bleibt es auf jeden Fall dran. Bis zum nächsten Mal. So, ich bin jetzt da im wunderschönen Platz. Ist alles da, was man sich wünscht oder was man braucht. Eine Feuerstelle, Holz ist da, ein Waldstück, das schauen wir uns später nochmal ein bisschen an. Ja, hier steht mein Fahrzeug. Der Kontakt mit dem Besitzer war auch einwandfrei. Sehr nett, klasse Sache. Und da steht mein Fahrzeug, man sieht, das ist ein bisschen schief. Also im Video sehe ich gerade, das sieht ein bisschen krasser aus als in der Natur. Ja, aber es ist natürlich wie bei jedem anderen Zelt. Auch hier muss man ein bisschen in eine gerade Fläche. Beim Van ist es ja auch so. Man möchte ja nicht in einem sinkenden Schiff sitzen. Jetzt schaue ich mal, da muss ich noch ein bisschen hin und her machen, bis ich dann endlich ein bisschen einen geraden Platz gefunden habe. Und da muss ich noch ein bisschen schief. Nicht schlecht was das. Es gehört auch noch dazu, das Stück hier. Gar nicht übel. So. Gehe ich mal wieder runter. Ja, komplett neu mit einem Start vom Campwerk hier. Die Heizdecke. Die werde ich heute mal ausprobieren. Weil es ja doch relativ kalt ist schon. Bin ich mal gespannt, wie die sich macht. Ganz flauschige Decke ist das und natürlich heizt die mit einer Powerbank. Die ist auch schön breit. Das reicht für mich vollkommen aus. Eine Winterdecke, die hat mir der Atze empfohlen, wenn wir letztens telefoniert haben. Und daheim habe ich die ausprobiert, ist die schon mal geil. Eine Vierjahreszeitendecke ist das und total verdreht natürlich, logisch. Und die kann man dann, da sind zwei Decken drin, die kann man zusammenknüpfen für den Winter und auseinandernehmen für wärmere Zeiten. Und ich glaube, dann könnte das relativ kuschelig werden mit der Decke hier. So, das Wichtigste ist erledigt. Der Schlafplatz, der steht soweit. Das Allerwichtigste, ich habe jetzt gerade festgestellt, dass es ein bisschen grauer wird. Vielleicht regnet es ja irgendwann mal, das ist gar nicht so schlecht. Dann kann ich das Zelt auch gleich mal testen, wie es sich denn bei Nässe schlägt. Habe ich ja noch nicht gehabt, so Regenwetter oder sowas. Aber wie gesagt, oder man sieht es ja sogar ein bisschen, schon leicht gräulich. Ansonsten freue ich mich einfach auf ein schönes Lagerfeuer. Und jetzt habe ich richtig Durst bekommen. So, hier habe ich so mein Standard-Zeugs, was ich immer dabei habe, drin. Und dann Suppen, noch mal Ravioli. Ah, okay, ich habe heute, ach verdammt, ich habe keinen Abriss-Henkel dran. Die billigen sind besser, schau. Scheiße, ich wollte aber die, also muss ich mich heute mal wieder mit dem Taschenmesser auseinandersetzen. So lange habe ich nicht mehr gemacht. Die habe ich immer dabei. Da ist alles griffbereit. Hier von Taschenlampe, Feuerstahl, Messer. Das brauche ich dann für die Dose. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Nach langer Zeit Toilettenpapier. Immer ganz so Mist, was man so ständig bei sich tragen sollte. Genau, habe ich immer in dieser Helikon-Pouch drin. Dann sage ich Prost auf die verdiente Ruhe. Das hört wirklich ein bisschen nach Regen aus. Ich bin gespannt. Mal schauen, wie ich das dann manage. Und hab habe ich leider noch nicht. Naja, im Notfall koche ich einfach im Kofferraum. Geht ja auch. Ist ja kein Thema. Es funktioniert schon irgendwie. Das riecht jetzt doch leicht. In avis der Seite zu werden, da geht gerade so rein so jetzt regnet es sich ganz schön ein ein Tarp habe ich ja dabei aber ich habe jetzt irgendwie keine Lust das aufzubauen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tipptopp Tipptopp Knotts Knotts Es ist immer ganz cool, wenn man so mit Leuten redet über so Sachen, die sagen, wie kann man das aushalten in so einem kleinen Auto oder im Dachzelt die ganze Zeit. Ja, der Punkt ist, wie man sieht, man ist ja nicht die ganze Zeit da drin. Wenn es jetzt vielleicht stark regnen würde, dann hätte ich mich halt ins Auto gesetzt, aber das ging ja alles. Mit dem Lagerfeuer hier habe ich einen, ja, also mein Aufenthaltsplatz ist hier ein riesengroßes Wohnzimmer mit einem Kamin. So sehe ich das, schön warm, das Wetter ist auch in Ordnung, es hat schon längst aufgehört zu regnen. Das geht also ganz wunderbar so. So, 8 Grad bloß, das geht. Ich schaue so ein bisschen Filmchen an, irgendwie habe ich den immer dabei, aber ich schaffe es einfach nicht, den fertig zu schauen. Aber vielleicht heute. Ganz gemütlich, so ein bisschen Sitzheizung noch angemacht, dann passt die ganze Geschichte. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Hunger gekriegt, jetzt mache ich mir noch so einen Snack. Mal mit Hunger ins Bett gehen mag ich auch nicht. Da kann man das auch mal ganz schön sehen, wie das abperlt das Ganze hier. Ist also wirklich gut imprägniert, nicht schlecht. So, starte mir mal die Heizdecke. Für die Klamotten und alles so habe ich hier diesen wasserdichten Packsack. Nicht, dass es wasserdicht sein müsste, aber wegen der Feuchtigkeit schmeiße ich da alles, was mit Stoff zu tun hat, was ich halt an Klamotten ausziehe, hier rein. Dann bleibt es schön trocken für den nächsten Tag. So Freunde, ich werde jetzt schlafen gehen. Ich bin trotzdem müde und freue mich auf eine gute Nacht. Es ist ja nicht so kalt. 6, 7 Grad sowas. Wie spät haben wir es? Aha, perfekt. 10 Uhr. Die optimale Zeit zum Schlafen gehen. Es wird bestimmt angenehm. Es regnet nicht. Es ist kein Wind da. Gewitter ist auch keins gekommen. Genau. Und jetzt Feierabend. Naja, wenn sonst nichts mehr ist, dann bis morgen. Gute Nacht. Guten Morgen Leute. Ja, war eine coole Nacht im wahrsten Sinne des Wortes. Also war anscheinend ziemlich kalt. Ich habe davon nicht so viel mitbekommen. Das Dachzelt ist innen drin wieder ein bisschen klamm. Feuchtigkeit natürlich. Und ansonsten war es tiptop warm. Mit der Heizdecke drunter, das habe ich so gemacht. Die habe ich eingeschaltet, wie ich mich hingelegt habe. Das ins Bett gegangen bin. Und dann relativ fix wieder ausgeschaltet. Die ist von Haus aus relativ gut warm. Super Sache. Genau. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Ich glaube, dass ich mir noch einen anderen Kaffee Gaskocher kaufe. Weil ich jedes Mal das zusammengebaue. Das ist halt auch rumgetue. Dass das mal da auf und abgebaut ist. Einen anderen Gaskocher hinstellen, einschalten. Und das war es. Das überlege ich mir noch. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen, was es da so gibt. So, jetzt noch ein bisschen die Zeit genießen. Ich könnte ja noch eine Nacht bleiben. Der Besitzer hat gesagt, das wäre völlig in Ordnung. Das wäre auch richtig geil. Das hat mir sehr gut gefallen hier. Die Lagerfeuer und so weiter. Das war einfach perfekt. Aber ich muss dann daheim Zeugs erledigen. Und ja, dann geht es auch wieder an die Arbeit und so weiter. Deswegen werde ich dann doch heimfahren. Aber man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das mache ich dann auch. Jetzt werde ich noch ein bisschen hier die Sonne genießen. Mein Käffchen trinken. Ja, also die Nacht, die war super. Es war zwar ein bisschen zapfig draußen. Aber es hat mich nicht, es hat mich nicht weiter gejuckt. Mit dem normalen Bettzeugs da mit der Decke. Das danke dir Arzt übrigens für die Empfehlung und grüße dich. Super Tipp. War mega warm und flauschig. Es war so gemütlich wie zu Hause. Also so, ich habe ja angefangen mit normalen Schlafsack erst mal. Warum nicht? Das Zeug nehmen, was man halt hat. Das war auch okay. Aber das war halt noch ein bisschen besser. So die Premium-Variante war einfach genial. Außerdem viel wärmer als der Schlafsack. Mit der Heizdecke unten drunter war auch super top. Die habe ich dann eingeschaltet, so fünf Minuten, wie ich mich hingelegt habe. Und dann nochmal in der Früh, glaube ich, um Viertel nach vier, halb fünf sowas. Und das war richtig angenehm. Ich muss sagen, tipptopp. So kann man die kalte Zeit überbrücken. Und auch von unten habe ich gemerkt, bei der Matratze normalerweise ist da einfach eine gewisse Kühle. Das war natürlich da. Und das war halt jetzt weg isoliert. Beziehungsweise durch diese Wärmeleistung einfach nicht mehr da. Das war wirklich super. Sonst ist die Decke auch warm genug. Einziger Nachteil fand ich jetzt, die ist ein bisschen gerutscht. Naja, aber das kann man dann wieder hinziehen. Das ist ja kein Thema. War also eine top Nacht. Ganz hervorragend. Und mir ist sehr gut gefallen. Kann ich mir schon sagen, in der Sonne, das Zelt trocknet schon verdammt schnell. Jetzt kann ich es dann zusammenbauen. 1 1 1 3 3 So Leute, ja, das war's dann, ich bin bald wieder zu Hause, danke fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder auf meinem Kanal, macht es gut, wünsche ich eine schöne Zeit, Servus, Ciao!